8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Und das ist euer Applaus, das ist der Startschuss! Hinterbacken, jetzt geht es los! Ulrich Gunnler von Schuss! Lieber Kadunfer, vielen Applaus! Der ersten Startschuss hier unterwegs! Und jetzt geht es eben erst ab! Auf Richtung Hamburg Intervacheres! Liebes Publikum, jetzt noch einmal einen Applaus! Und wir sagen, vielen Applaus! Unsere Teufelinnen und Teufel! Die waren 42 Kilometer! Und die Schnellsten, die werden unter 3 Stunden in Frieden! Amicia! Hey! Und jetzt haben wir dann jeweils 5 Minuten zwischen diesen Starts Und wir nutzen diesen ersten Blockstart hier Und da habe ich noch einige Worte mit Radio Colonia extra zu können Während die Läuferinnen und Läufer Die letzten des ersten Startblocks auf die Reise gehen!